Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs mit Hören. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Hört mit. Hörte mit. Hat mitgehört. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich höre mit. Du hörst mit. Er hört mit. Wir hören mit. Ihr hört mit. Sie hören mit. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich hörte mit. Du hörtest mit. Er hörte mit. Wir hörten mit. Ihr hörtet mit. Sie hörten mit. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe mitgehört. Ich höre mit. Du hast mit. Du hast mitgehört. Er hat mitgehört. Wir haben mitgehört. Ich höre mit. Ich höre mit. Ich höre mit. Sie haben mitgehört. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich höre mit. Du hörest mit. Er höre mit. Wir hören mit. Wir hören mit. Wir hören mit. Ihr höret mit. Sie hören mit. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich hörte mit. Du hörtest mit. Er hörtest mit. Er hörte mit. Er hörte mit. Wir hörten mit. Ihr hörtet mit. Sie hörten mit. Den Schluss macht der Imperativ. Höre mit du. Hören mit wir. Hört mit ihr. Hören mit sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb mithören. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb mithören. 여보세요. Das war unser kleines Lern Noah-Nakum. Das war unser kleines Lern.